Kennst du das? Sätze und Gefühle wie, ich muss alles selber machen, damit es gut wird. Oder es ist besser, allein zu sein. Oder keiner versteht mich. Was es dir nützt und wie du es auch lustig statt frustig werden lässt, in dieser Folge. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Wer liebt es nicht, Dinge selbst zu machen und danach auch stolz auf sich zu sein, es selbst gemacht zu haben. Sich selbst sagen zu können, das habe ich geschafft. Ich alleine. Ohne, dass mir jemand dabei geholfen hat. Ich bin mir sicher, du kennst dieses Gefühl. Und daran ist auch überhaupt nichts falsch. Was aber spannend ist, ist, wenn aus diesem Ich mache Dinge gerne selbst und ich bin stolz auf mich, dass ich Dinge auch alleine schaffe, wenn daraus ein Ich muss alles selber machen wird. Das ist eine Überzeugung, ein Glaube, den es sich lohnt, auch mal genauer anzuschauen. Und zunächst einmal kann ich dir sagen, herzlich willkommen im Club, wenn es dir so geht. Weil das etwas ist, was mich natürlich auch begleitet. Sonst würden wir da heute nicht drüber sprechen. Also ich. Ich muss alles selber machen, damit es gut wird. Dadurch, dass ich schon immer ein sehr, sehr selbstmotivierter Mensch war und auch bin, ist es für mich eine große Freude, Dinge zu kreieren, Dinge zu erschaffen. Und es gab auch durchaus eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, ich muss alles selber machen, damit es gut wird. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du selber Mutter, Vater oder du bist verantwortlich im Job für ein Team oder für Kollegen oder für Aufgaben und hast ein Thema damit, Dinge zu delegieren, Dinge abzugeben. Dann geht es dir wie ganz, ganz vielen. Und auch ich zähle mich mit dazu. Allerdings habe ich für mich das Wörtchen muss weitestgehend aus meinem Wortschatz gestrichen. Warum? Müssen ist relativ. Immer wenn ich etwas muss, dann korrigiere ich mich in meiner Sprache. Es ist mir jetzt gerade erst wieder passiert am Wochenende. Ich muss noch dies, ich muss noch das. Und dann lache ich kurz, wenn es mir auffällt, was in der Regel passiert und korrigiere mich und spreche den Satz nochmal aus. Nicht, ich muss noch eine E-Mail schreiben an XY, sondern ich werde noch eine E-Mail schreiben an XY. Müssen ist ein gewisser Druck, der dadurch entsteht, durch das Wort muss. Und vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Vielleicht benutzt du es auch inflationär. Ich muss noch einkaufen, ich muss noch aufräumen, ich muss noch dies tun, ich muss noch das tun. Und eigentlich könnten wir es uns auch leichter machen. Dafür brauchen wir aber ein gewisses Bewusstsein. Es ist mir so schwer gefallen, Dinge abzugeben. Und deswegen möchte ich gerne heute diese drei Dinge, ich muss alles selber machen, damit es gut wird, es ist besser allein zu sein, auch ein Glaubenssatz, den ich gefunden habe bei mir während eines Täterhealing-Seminars und keiner versteht mich, ein bisschen näher beleuchten und dir vielleicht den ein oder anderen Impuls geben, liebevoll mal auf diese Sätze zu schauen, mal zu fühlen, was sie mit dir machen und dann zu schauen, was für einen Nutzen sie für dich haben, was für eine Frustigkeit darin steckt, aber auch was für eine Lustigkeit darin steckt. Also Nummer eins, ich muss alles selber machen, damit es gut wird. Was ist denn der Nutzen, der dahinter steckt? Zum Beispiel, selber machen, damit es gut wird, ist auf jeden Fall ein gewisses Selbstbewusstsein, oder? Ich muss alles selber machen, damit es gut wird, heißt, ich bin davon überzeugt, dass das, was ich tue, gut ist. Das ist doch schon mal etwas Schönes, oder? Das Frustige daran ist, dass du es musst, ich muss, dass es alles ist, dass du alles selber machen musst und dass du scheinbar den Menschen um dich herum nicht zutraust, dass sie es auch können und dass sie es auch gut können. Und das ist dann doch schon wieder frustig, oder? Alles, was im Leben mit Müssen zu tun hat, bedarf auf jeden Fall deiner liebevollen Aufmerksamkeit und vielleicht auch mal den Perspektiv wechselst du, muss ich das wirklich, oder will ich das, oder werde ich das, oder kann ich das? Und vielleicht erlaubst du dir auch, dieses Muss mal auszutauschen und stattdessen etwas anderes einzusetzen. Was ist denn jetzt neben dem Frustigen, dass du anderen nicht zutraust, dass sie es gut machen und dass du es musst, dass du dir selbst diesen Zwang auferlegst? Wie könnte es denn lustig sein? Wie könnte es denn lustig gehen? Zum einen schaust du dir diesen Satz mal an und lass vielleicht mal darüber, wie ernst du dich eigentlich nimmst und wie du auf diesen absurden Gedanken kommst, dass du die einzige Person bist auf der Welt, die Dinge gut tut. Wie kommst du denn darauf, dass dein Maßstab der einzige ist, mit dem im Leben die Dinge funktionieren? Vielleicht hast du dich auch schon mal umgeschaut und gesehen, dass andere Menschen fachlich weniger kompetent sind, persönlich weniger kompetent sind und trotzdem erfolgreich in dem, was sie tun und vermutlich sich nicht mal Gedanken darüber machen. Also, wie wäre es denn mit lustig statt frustig, wenn du dir einfach mal erlaubst, sich selber nicht so ernst zu nehmen und dir zu erlauben, anderen zu vertrauen? Wie oft haben andere in dich vertraut, obwohl du vielleicht noch gar nicht Profi warst, obwohl du noch gar nicht exzellent warst in dem, was du getan hast und trotzdem hat dir mal jemand gesagt, hey, mach das einfach mal. Learning by doing. Also, auch mal über dich selber lachen ist hier auf jeden Fall angesagt. Der zweite Satz, es ist besser allein zu sein, ist mir begegnet in einem Theta Healing Seminar, als ich danach geschaut habe, was ich bereue oder woran ich zu nagen habe und da ging es um eine Beziehung. Da ging es darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich es nicht geschafft habe, sie zu retten, dass ich nicht wirklich alles gegeben habe und was dahinter stand, war ein Glaubenssatz, der hieß, es ist besser allein zu sein und es ist ja völlig klar, wenn ich glaube, dass es besser ist, alleine zu sein, dass es dann auch schwierig ist, eine Beziehung zu führen. Also, es ist besser allein zu sein. Was für einen Nutzen hat es denn für mich besser allein ist, als es besser ist, allein zu sein? Ich kann machen, was ich will. Ich brauche keine Kompromisse einzugehen. Ich lebe das Leben genauso, wie ich das möchte, ohne mich auf andere einzustellen. Ich habe total Kontrolle über mich selbst und über alles, was um mich herum passiert. Und was das Frustige daran, muss das denn so sein? Ist das wirklich wahr, ja? Ist es wirklich wahr, dass es besser ist, allein zu sein? Was ist denn das Frustige daran? Vielleicht will ich ja gar nicht immer alleine sein. Und das ist doch frustig. Wenn du glaubst, dass es aber immer besser ist, dann gibt es da einen Konflikt und das ist doch schade. Also, wie schaffe ich es jetzt von diesem Frust in lustig reinzukommen? Okay. Es ist besser, allein zu sein? Wow. Ist das wirklich so? Was erzähle ich mir eigentlich für spannende Geschichten? Wo kommt das denn eigentlich her? Auch das mit einem lachenden Auge mal zu betrachten, auch mit einem weinen, verstehe mich nicht falsch, das war sehr emotional im Moment selbst, aber sobald du sowas entdeckt hast, dir auch mal zu erlauben, die Perspektive wieder zu wechseln und zu schauen, okay, was ist der Nutzen? Was ist das Frustige und wie schaffe ich es denn jetzt, da was Lustiges draus zu machen? Lustig nicht im Sinne von ich mache mich lustig darüber, aber Lust darauf, das mal anders zu betrachten. Und es ist besser, allein zu sein. Auch hier gucke ich drauf und denke mir so, ja, kannst du dir einreden, kannst du aber auch anders machen. Probier es doch mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und vielleicht auch einer Offenheit, dass es gar nicht immer besser sein muss. Auch hier ist das Wörtchen muss wieder präsent. Also, vielleicht geht es ja auch anders und das liebevoll, 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 liebevoll zu betrachten in mir selbst und vielleicht du ja auch in dir selbst. Die Frage, die du dir vielleicht auch stellen möchtest, ist, möchte ich das? Ja? Und wenn du das möchtest, ist doch alles fein. Aber wenn der Unterbewusst noch irgendwas in dir kratzt und sagt, naja, also eigentlich will ich gar nicht, dass es besser ist, allein zu sein, dann gibt es da vielleicht noch Potenzial. Das ist übrigens auch ein tolles Thema für eine Theta-Healing-Sitzung, falls du Lust hast, mal daran zu arbeiten. Und last but not least, keiner versteht mich. Wie oft in deinem Leben hattest du schon das Gefühl von Menschen umgeben zu sein, die einfach nicht verstehen, was du meinst, wie du es meinst und wie du es willst. Ja? Der Nutzen daran, an diesem Glauben und an diesem Satz, an diesem Gefühl, keiner versteht mich, ist auch wieder das Vertrauen in dich selbst, dass du weißt ganz genau, wie du tickst und was du brauchst, aber die anderen tun es nicht. Also, du bist auf jeden Fall von dir selbst überzeugt. Das könnte ein großer Nutzen sein. Das Frustige daran ist, dass es kein anderer versteht. Und wir sind doch Herdenmenschen. Wir mögen es doch, mit anderen uns zu verständigen. Und wir mögen es auch, wenn andere uns verstehen. Also, frustig ist doch, wenn keiner das tut. Du merkst so Generalisierung wie keiner, alle, immer, niemand, sind grundsätzlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ja? Also, frustig, frustig, keiner. Ich bin alleine. Dabei wollen wir doch eigentlich gemeinsam sein. Und lustig, ich habe gerade schon darüber gelacht, ist das dein Ernst? Keiner versteht mich? Jetzt mal wirklich, wie drückst du dich denn aus? Wie kommunizierst du denn? Bist du denn in der Lage, deine Bedürfnisse auch wirklich auszusprechen, ohne Schuldzuweisung zu machen, sondern wirklich und wahrhaftig zu sagen, wenn mich keiner versteht, könnte es nicht vielleicht auch daran liegen, dass ich mich nicht so ausdrücke, dass mich andere verstehen? Wie kommuniziere ich denn, dass mich andere verstehen? Und auch das mit einem liebevollen und lachenden Auge, das kannst du üben. Dafür braucht es nur ein bisschen Mut. Und den hast du, sonst wärst du gar nicht auf dieser Welt. Sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist in deinem Leben, wenn du nicht in ganz vielen Situationen schon mutig gewesen wärst und Dinge getan hättest, die du noch nie getan hast. Also, fühl dich motiviert und inspiriert, Schluss mit frustig zu machen. Wenn du das willst, schau dir an, was für ein Nutzen hat dein Verhalten, deine Gefühle, die Dinge, die du dir erzählst. Was ist das, was dich daran frustriert? Und dann schau mal, wie du es lustig machen kannst. Wie bekommst du Lust darauf, es anders zu machen? Ich bin gespannt darauf, wie du es umsetzt, ob du es umsetzt und ob dir diese Folge ein bisschen Inspiration gegeben hat für deinen Tag. Und wenn es so ist, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir gerne eine Rezension für den Podcast auf Apple Podcasts oder vielleicht auch eine private Nachricht auf den sozialen Kanälen. Die packe ich natürlich wieder in die Shownotes. Also guck mal rein at victoriousvisions2018 auf Instagram, Pia Viktoria Thiemann auf Facebook. Und für alle, die Lust haben, ein bisschen tiefer abzutauchen und zu schauen, wie schaffe ich es denn, mein Leben glücklicher zu gestalten, schau doch mal in den Link in den Shownotes. Ich habe nämlich einen Videokurs, einen Online-Coaching-Kurs erstellt, der heißt Glück in Sicht. Und wenn du Lust hast, mit mir in diesem Kurs zu arbeiten, dann kannst du ihn dir noch bis Juni nächsten Jahres besorgen. Ich freue mich drauf. Bis bald.